So, grüß dich, servus. Du interessierst dich für das Power & Fitness an der Regensburg. Ich gebe dir heute einmal eine Tour, wie es bei uns so ausschaut. Wir fangen an hier vorne am Dresen mit den eventuellen Gesprächen mit dem Trainer und von da aus geht es weiter. Erstmal Getränke auffüllen. Wir haben hier eine wunderschöne Getränkeanlage. Hier kannst du einfach hinklicken, dir Wasser gekühlt, ungekühlt oder mit Sprudel rauslassen oder wir haben hier oben auch so Sirup-Varianten. Da kannst du dich einfach durchklicken, welchen Geschmacksintensität du möchtest, mit was für einem Wasser du es gemischt haben willst und dann natürlich auch noch die Bechergröße und dann kriegst du das hier alles schon raus. Alles kostenlos mit in den Mitgliedsbeitrag mit dabei und auch keine Kalorien, also auch bedenkenlos reinschüttbar. Dann geht es hier weiter. Wir haben hier unseren Kardiobereich, hier einmal so ums Eck herum. Wir haben hier drei Laufbänder, mehrere Crosstrainer, Endlostrippen, die sind ganz, ganz cool für Kalorienverbrauch. Wir haben mobile Rudergeräte, die man sich auch mal mit auf den Kunstrasen stellen kann und da ein bisschen rudern kann. Und wir haben zwei Fahrräder, wenn es mal ein bisschen lockerer sein soll. Dann geht es hier weiter mit unserem Oberkörperpark, der Firma Hammer Strength. Das heißt, wir haben uns hier im Fitnessstudio dafür entschlossen, die Firma Hammer Strength zu kaufen, zu benutzen, weil sie einfach den besten Namen hat und von der Biomechanik, von der Einstellbarkeit eigentlich die besten Geräte sind, die es auf dem Markt gibt. Und wir haben hier eben mehrere Maschinen für den Oberkörper zusammengestellt, hier in diesem ersten Block. Dann geht es hier weiter. Wir haben hier unsere Maschinen, wo wir quasi, ja, die sind MTS bedeutet das. Das heißt, die haben zwei Gewichtsblöcke hier. Das bedeutet, jeder Arm oder jedes Bein kann einzeln betätigt werden. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das heißt, man hat hier nochmal speziellere Maschinen, die man wirklich schön ausfüllen kann, um auch wirklich mal, ja, so Dysbalancen herauszufinden, zu gucken, oh, der eine Arm bewegt sich vielleicht besser als der andere. Und da kann man nochmal gezielter in die Muskulatur reingehen. Dann auf der gegenüberliegenden Seite hier haben wir dann unseren Maschinenpark für die Beine. Wir haben hier Adduktoren, Abduktoren, Beinpresse, Beinstrecke und Beinbeuger. Auch das von der Firma Hammer Strength natürlich in gewohnter Qualität. Dann gehen wir hier einmal weiter. Dann haben wir unseren Kabelzugturm. Einmal einen in einer kleinen Variante, das heißt in so einem V, in einem kleinen, mit vielen verschiedenen Möglichkeiten. Also man kann hier von Fleiß bis Trizeps Extensions. Wir haben hier extra so funktionale Sachen auch da, dass man eben mit so einem Stab auch, ja, ich sage jetzt mal Core Training machen kann, wirklich da nochmal spezifischer reingehen kann. Und wir haben jetzt hier eben unseren großen Kabelzugturm, wo wir auch viele verschiedene Stationen haben, mit Rudern am Kabel, Latzzug natürlich. Und dann eben hier auch nochmal den gewohnten Kabelzug eben, um da auch nochmal reinzugehen. Und in Kombination eben auf dieser Seite mit diesem Block mit einem Synergy. Der Synergy ist ein funktionaler Trainingsturm. Und hier haben wir ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Wir haben ein Trampolin, eine Plattform, wo man einen Ball dagegen schmeißen kann. Wir haben einen Boxsack hier, wo man sich ein bisschen austoben kann. TRX-Stationen. Wir haben auch eine Landmine hier unten drin, wo man auch so ein paar funktionale Landmine-Sachen machen kann. Und hier kann man wirklich schön sich austoben. Wir haben hier auch immer einen Zickel gehabt, wo wir eben schön einzelne Stationen aufgebaut haben. Und eben dann mit den verschiedenen Stationen zusammengearbeitet haben. Und da wirklich das Vollste rauszuholen. Dreiviertelstunde volle Power. Und genau. Dann kommen wir auch zu unserem, ich sag jetzt mal fast schon Herzstück des Fitnessstudios. Wir haben hier irgendwo auch in der Mitte, quasi als Abtrennung auch, einen Kunstrasenstreifen. Und dieser Kunstrasenstreifen ist wirklich für vielerlei Sachen geeignet. Wir haben hier die Möglichkeit, einfach mal anzukommen, mal ein bisschen zu rollen. Wir haben hier verschiedene Sachen, die wir eben in diesem Regal haben, um auch mal so ein bisschen Aufwärmsachen zu machen. Das heißt, Formroller, wir haben kleine Triggerbälle und so weiter. Also kleine Sachen, die man benutzen kann vor dem Training, um sich einfach mal ein bisschen aufzuwärmen, zu lockern, um dann eben das Krafttraining anzufangen. Aber wir haben hier auch verschiedene Kettlebells in riesigen Größen auch. Also bis zu 56 Kilo haben wir hier. Und da kann man dann auch nochmal sehr, sehr gut funktionales Training auf dem Kunstrasen machen. Und wir haben hier auch lauter kleine Sachen, so in Richtung Strongman auch. Das heißt, man kann hier auch ganzen Körper mit benutzen und auch mal ein bisschen in die Richtung Strongman gehen. Wir haben Schlitten da, wir haben ein Yoke da. Und dann kann man hier auch nochmal richtig Gas geben. Vom Kunstrasen aus haben wir hier drüben auch noch eine Fläche. Wir haben hier noch ein bisschen Platz, da kann man ganz gut Seilspringen machen. Und dann haben wir hier auch noch unseren Hip-Thruster, gerade für die Mädels sehr, sehr gut. Schön für den Hintern eine gute Übung. Und dann haben wir auch noch ein paar andere Übungen da, wie zum Beispiel den Jammer. Das ist so ein bisschen funktionalere Übung, gerade für Sportler sehr gut. Explosivkraft, schön von unten aus in die Triple Extension schön durchstrecken. Und dann natürlich eine schöne Bauchübung nochmal da. Und Hyper-Extensions haben wir dann auch noch mit dabei. Dann gehen wir rüber in unseren Freihandel-Bereich. Auf dem Weg dahin sehen wir auch noch einige Desinfektions-Spender. Das heißt, wir haben hier auch natürlich dafür gesorgt, dass es schön sauber bleiben kann. Die Hygienemaßnahmen auch komplett durchsetzbar sind. Und dann haben wir hier eben unseren Kurzhandel-Bereich. Kurzhandel von 1 bis 50 der Firma Life Fitness. Und dann genügend Bänke auch, um das Ganze auszuführen. Wir haben hier auch direkt zusätzlich auch drei Power Racks, wo man dann auch nochmal Bank drücken, Knie beugen, was auch immer schon gleich machen kann. Das ist quasi so von uns nachdrecklich hinzugefügt worden, weil wir gemerkt haben, der Bedarf ist auf jeden Fall da. Weil das Herzstück oder ja eigentlich das, wovon unser Fitnessstudio auch lebt und was wirklich für uns auch sehr, sehr wichtig ist, ist eben hier diese riesige Plattform, die wir jetzt hier gleich zeigen. Die haben wir in Eigenregie gebaut, uns genauso vorgestellt, wie sie jetzt hier steht. Wir haben das genauso durchgeplant. Wir haben hier größere Plattformen, damit man auch hier ein bisschen Gewichthebensachen machen kann, dass man genügend Platz hat für den Ausfallschritt. Wir haben hier insgesamt sechs Power Racks, mit denen da drüben sind wir bei neun Power Racks, an denen man auch vor allem an verschiedenen Stationen natürlich auch nochmal ran kann. Also eigentlich können zwei Leute gleichzeitig an einem Power Rack trainieren. Die Abwurfplattformen sind wie gesagt schon wirklich darauf ausgelegt, dass man auch ein bisschen was drauf fallen lassen kann. Und wir haben uns hier wirklich absichtlich auch die Marken ausgesucht. Also bei den Power Racks wollten wir unbedingt von Rogue welche, weil die wirklich sehr, sehr schön einstellbar sind. Wir haben hier diese ganz, ganz kleinen Abstufungen auch, damit man wirklich sehr, sehr genau arbeiten kann. Und von den Langhandeln und von den Gewichtscheiben haben wir uns natürlich für Elico entschieden. Da führt gar kein Weg außen vorbei. Das ist einfach die beste Marke, die man sich aussuchen kann. Und das ist wirklich uns sehr, sehr wichtig gewesen, dass man wirklich tolles Equipment in der Hand hat und damit auch wirklich arbeiten kann. Alle Scheiben und Stangen von Elico sind geeicht. Das heißt, wenn man sich auf einen Weltrekord vorbereiten möchte, dann kann man das hier auch machen. Und da arbeiten wir auch gut hin, dass da viele Leute sehr, sehr stark werden. Aber auch für den Otto Normalo sind diese Scheiben natürlich dann das Nonplusultra. Und wir haben hier auch den Anspruch, sage ich jetzt mal, dass wir die Technik und auch das, was wir hier drin machen, wirklich optimal zeigen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch Einführungen haben wollt, dann können wir das hier sehr, sehr gerne machen. Dann auch wichtig für die Ausübung mit der Langhantel ist eben auch Jog. Wir wollen hier, dass die Griffkraft voll da ist, dass die Hände auch geschützt sind. Eine trockene Hand ist eine stabilere Hand. Und wenn es irgendwie feucht wird in der Hand, dann kann es schon mal sein, dass man da sogar darunter leidet. Deswegen haben wir hier bei uns im Fitnessstudio auch gratis Jog. Das ist in manchen Fitnessstudios gar nicht so gern gesehen. Bei uns wird es aber von uns extra bereitgestellt. Dann haben wir hier einmal auch etwas, was das Ganze natürlich noch mal ein bisschen antreiben soll. Im Moment gerade noch ein bisschen wenig wegen Corona. Aber wir haben hier eben unser Rekordboard in den verschiedenen Übungen. Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben. Und da haben wir auch verschiedene Klassen, Frauen und Männer. Und von den verschiedenen Gewichtsklassen, dass dann sich jeder auch so ein bisschen betteln kann. Wir haben hier Einser-, Dreier- und Fünferwiederholungen. Das heißt, jeder kann vielleicht auch mal in einer Klasse was hinschreiben, wo vielleicht jemand dominiert in einer Wiederholung. Dann hat man vielleicht die Chance, sich bei der Dreier- oder bei der Fünferwiederholung auch mal hinschreiben zu lassen. Dann geht es hier oben weiter. Hier oben haben wir unseren Plateloader-Bereich. Das heißt, wir haben hier einmal alle Maschinen, wo man quasi mit den Scheiben arbeiten muss, Scheiben irgendwo hinstecken muss. Wir haben hier einmal eine Pitchhack. Die haben wir uns extra aus Amerika einschippen lassen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr außergewöhnliches Gerät, was man so in Deutschland, glaube ich, gar nicht findet. Also ich glaube, es gibt es vielleicht in Deutschland ein oder zwei Mal. Ich weiß auf jeden Fall, dass es in Wien eins gibt, aber bei uns eben auch. Das ist eine Bait Squat. Das heißt, man kann hier Kniebeugen ausführen mit Gewicht um die Hüfte herum. Und so kann man sich einfach auch noch mal ein bisschen besser darauf konzentrieren, was die Beine machen. Und kann hier eben sehr, sehr, ja, eigentlich ganz gut die Beine nochmal treffen. Dann haben wir hier verschiedene Brustübungen noch. Wir haben einmal einen Wide Chest, wo man von sehr weit außen eng zusammen geht. Fühlt sich sehr, sehr gut für die Brust an. Wir haben hier eine Incline-Maschine. Das heißt, man drückt eben in einem Winkel eher nach oben. Dann haben wir hier auch noch mal eine Glu-Tam-Race. Das heißt, wir haben hier auch noch mal eine sehr, sehr funktionale, gerade für Sportler, für Athleten, sehr, sehr gute Beinbeuger-Übung. Und was man auch sehr selten sieht, ist hier ein Bankrudern. Grundsätzlich kann man sich das natürlich auch selber hinbauen, um irgendwie dann mit einer langen Handel das hochzurudern. Aber wir haben hier eben die Möglichkeit, das eben sehr, sehr schön einzustellen. Die Stange ist auch extra gebogen, dass man eben wirklich sehr, sehr weit nach oben hochziehen kann. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Dann haben wir hier noch so eine Squat-Lunch-Maschine. Da kann man quasi dann hier schön die Bulgarian Split-Squats ausführen oder auch einfach Trapper-Kreuzheben-Verschnitt machen oder auch für den Nacken ganz gute Übungen. Dann haben wir hier noch einmal eine Schulter-Drück-Übung. Auch eben jeder Arm einzeln auch betätigbar. Und das Gleiche gilt dann auch eben für die Ruder-Übung hier hinten. Richtig schön rein, die Dorian Yates-Row. Da kann man richtig schön einzeln eben hier sich darauf konzentrieren, schön in den Rücken reinzukommen. Und zu guter Letzt eine sehr, sehr stabile, große Beinpresse der Firma Hammer Strength. Also auch hier kann man richtig, richtig schön reingehen. Ganz, ganz wichtig auch beim Training ist eine gute Luft, eine kühle Luft auch. Und deswegen haben wir eben bei der Planung des Fitnessstudios auch sehr, sehr genau hingeschaut und haben uns wirklich beraten lassen und extra für dieses Gebäude, für diese Deckenhöhe und alles eine Lüftungs- und Klimaanlage eben hier zusammenstellen lassen. Wir haben hier eine Lüftungsanlage, die innerhalb von unter 45 Minuten die komplette Luft hier drin austauscht in Vollauslastung. Das heißt, wenn es hier wirklich bumsvoll ist und hier lauter Leute schwitzen und warm sind und auch ein bisschen stinken, dann wird das innerhalb von 45 Minuten locker ausgetauscht. Und das ist sehr, sehr wichtig, um eben auch volle Leistung bringen zu können, in Kombination auch mit den Klimageräten. Das ist natürlich auch ganz wichtig, wenn es zu heiß ist, wirklich zu trainieren. Das ist wirklich, wirklich anstrengend. Also so dieses Sauna-Feeling, das wollen wir eben hier drin voll vermeiden. Und deswegen haben wir eben diese Klimageräte auch noch mit dabei. Und die Klimageräte schaffen es eben dann im Hochsommer auch, die Temperatur hier drin relativ kühl zu halten, damit ihr eben volle Power geben könnt. Wenn du dich also jetzt für ein Probetraining interessierst, dann klicke hier einfach auf den Link und melde dich einfach bei uns oder komm einfach mal im Studio vorbei. Wir können dir natürlich diese Tour auch nochmal in live geben. einfach anrufen, unverbindlich, ist kostenlos, das Probetraining. Und da können wir dann gleich auch ein bisschen auf deine Ziele eingehen, auf das, was du vielleicht erreichen möchtest. Und ich denke, hier drin ist auf jeden Fall genügend Platz und auch Möglichkeit, um jegliches Ziel abzudecken. Und genau, melde dich einfach und mach einen Termin aus.